Ich wünschte, ich hätte ein Zuhause. Ich wünschte, er würde damit aufhören. Ich wünschte, ich könnte zur Schule gehen. Ich wünschte, er hätte mich lieb. Ich wünschte, es wäre nur ein Spiel. Ich wünschte, ich könnte mein Essen anders verdienen. Warum können solche Wünsche nicht einfach in Erfüllung gehen? Das war's. ...